Hallo! So schön, um endlich mal wieder auftreten, wenn auch ohne Publikum. Gut, das erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen an mein erstes Mal Sex. Ja, dort ist aussen mir auch niemand gekommen. Und ich überlege jetzt gerade, nein, Applaus hat es hier natürlich auch keinen gegeben. Sorry, Mama, ich weiss, ich habe versprochen, wenn ich beim SRF bin, dann lasse ich natürlich alle primitiven Sachen weg und das mache ich natürlich auch. Das war's von mir. Kleiner Scherz von meiner Seite, wird nicht mehr vorkommen. Kennt ihr Leute, die etwas mega gut meinen, aber dann mega schlecht machen? Wie zum Beispiel so der übergründliche Damencoiffeur, der zu der Kundin sagt, Waschen legen für ihnen, nur die Haare oder an den Bart? Oder der Zahnarzt, der es sicher auch nur gut meint, wenn er vor der OP zu mir sagt, Herr Hauser? Ah, dann sind sie in diesem Fall mein erstes Opfer. Wir können gerade anfangen, ich habe alle 337 Bohrer bereit. Ich glaube, heute brauchen wir ausnahmsweise die Pressluft haben wir mal nicht. Kann gut gemeint sein, hilft mir in dieser Situation aber überhaupt nicht. Auch wenn ich dann so auf dem Folterschragen liege, tritt sehr schläufe im Mund und noch so ein unangenehmer Staubsauger und der Zahnarzt zu mir sagt, jetzt können sie sich entspannen. Und wenn irgendetwas ist, sagen sie es einfach, aber deutlich. Gut, ich möchte jetzt nicht gross über die anderen reden. Ich bin auch oft einer, der es sehr gut meint, aber dann sehr schlecht macht. Zum Beispiel hat mich mein Chef letztes Mal gefragt, warum ich eigentlich so viel in der Nase bohre. Dann habe ich zu ihm gesagt, sie haben doch gesagt, ich soll schauen, dass ich mehr aus mir heraus holen kann. Das war auch gut gemeint. Oder im Haushalt, zu Hause, habe ich mit der Frau vielleicht aufgenommen und plötzlich merke ich so, ein Lumpen wäre doch eigentlich viel praktischer und auch recht viel handlicher als meine Frau. Oder einmal habe ich mit der Frau abgemacht, dem HB, habe sie von Weitem gesehen, von hinten und gedacht, jetzt überrasche ich sie, habe sie so von hinten umarmt und so. Und plötzlich merke ich so, seit wann hat meine Frau einen Bart? Er hat sich herausgestellt, der Typ heisst Sven, wahnsinnig guter Typ gewesen, da kannst du wirklich gar nichts sagen. Wir haben mich super unterhalten, wobei es mir mega unangenehm war, vor allem, als er nach einer Viertelstunde sagte, du, kannst du mich echt langsam wieder loslassen? Und genau in diesem Augenblick kommt natürlich meine Frau und schaut mich hässlich an. Und ich habe dann gesagt, nein, es ist nicht so, wie es aussieht. Sven hat gesagt, ja genau, vorher hat es noch ganz anders gewirkt. Die Stimmung war ein bisschen wie mein Hemd, ja, leicht angespannt. Wir sind dann gegangen und ich konnte mich erst wieder relaxen, als ich dann auf dem Sofa war. Wirklich ein sehr bequemes Sofa, das Sven hatte. Nein, ich würde natürlich meine Frau nie verlassen. Es ist klar, sie ist im Gegensatz zu mir auch wirklich grossartig. Sie hat auch Klasse, also wirklich, sie ist Lehrerin. Und dass sie mich überhaupt genommen hat, als wir uns kennengelernt haben, hatte ich lauter Pickel und einen wahnsinnigen Schnauz. Auf dem war ich ehrlich gesagt ein bisschen stolz, bis sie mir dann gesagt hat, ja, das ist gar keine Schnauz, wenn es über die Augen wächst. Das ist eine sogenannte Monobraue oder in deinem Fall eher eine Monokultur. Und ich habe dann auch gemerkt, dass es vielleicht ein bisschen viel war, vor allem, als sich dann auch die ersten Vögel anfangen zu einnisten. Ein Kollege hat es hier wahrscheinlich auch nur gut gemeint, als er mich so angeschaut hat und gesagt hat, ja, Model wirst du wahrscheinlich in deinem Leben nicht mehr, ausser für alle Vorherfotten. Auf jeden Fall bin ich froh, bin ich geiratet und habe noch keine Dates mehr, weil ich habe mir letztens überlegt, dass ich mich bei einem Date, glaube ich, komplett lächerlich machen würde. Weil meistens rede ich zu Hause mit meinem Baby, so in der Daddy-Voice, oder? Und jetzt stelle sich einen mal vor, ich hätte ein Date und würde plötzlich in die Daddy-Voice fallen. Man könnte das sonst mal simulieren. Angenommen, du, die jetzt gerade das Video schaust, wir zwei hätten zusammen ein Date. Ich weiss, es braucht jetzt vielleicht ein wenig Vorstellungskraft, aber wir hätten abgemacht in einer Bar. Ich komme vielleicht ein bisschen zu spät, weil ich vorher noch auf dem Sofa war, wie Sven, gell? Aber ich würde so reinkommen und sagen, ja, hoi, du! Ja, du bist dann aber eine Hübsche! Und ein rechtes Fussbäckchen hast. Es ist ja immer gut, wenn man ein wenig Vorstellung hat, gell? Wo ist dein Date? Da ist dein Date! Wäre vielleicht gut gemeint, aber recht scheisse gemacht. Darum steht jetzt lieber Talent Stage. Danke vielmals, das war es von mir. Mein Name ist Matthias Hauser.